Hallo und willkommen zu diesem großen Funke-Luftheuler-Vergleich. Ich habe hier als erstes mal vom letzten Jahr noch die Luftheuler Normal, dann habe ich hier die Silberheuler, dann die Silberknisterheuler dieses Jahr und die Luftheuler Rot. Ich habe allerdings nicht alle Sorten und ich habe leider vergessen die Octoplusheuler zu bestellen. Wie konnte ich das machen bei Toschpüre und Röder, aber bei denen habe ich es vergessen. Ganz doof, wollte ich so gerne haben. Na gut, dann werden wir jetzt immer welche von jeder Schachtel zünden. So sehen die aus. Nummer 1, Nummer 2, die Nummer 4 und die Nummer 6. Hier, die vom letzten Jahr erkennt man noch mit dem schwarzen Aufschrift. Dingsaufdruck. Okay, viel Spaß. So, Funke-Luftheuler-Vergleich. Luftheuler Normal, Silberheuler, Silberknister und Rot. Immer ein und dann zwei. Normale. Zwei. Sind nicht alle angegangen. Jetzt der Silberheuler. Das hat man gesehen. Na, die sind auch nicht gleichzeitig angegangen. Silberknister. Topp. Die sind an. Silberknister. Und der Rote. Und der Rote. Ja, also ich finde sie alle top. Schreibt mir meine Kommentare, welche Unterschiede ihr sehen konntet. Und dann verabschiede ich mich und wir sehen uns bei neuen Videos. Jetzt am 1. Januar, abends halb 5 oder noch später. Ciao. 16.50 Uhr war es gewesen. Also, wir kommen mit den Roteälften. Vielen Dank.